Hallo, ich bin Seryl und wie letztes Mal versprochen, habe ich euch heute eine Burg mitgebracht, die auf der Grundplatte aus dem letzten Video basiert. Wie leicht zu erkennen ist, habe ich diese aus dem Set 7946 von 2010 gebaut. Hintergrund hinter diesem B-Modell ist der Wunsch aus den Kommentaren, einmal eine Burg aus diesem Set auf einer erhöhten Grundplatte, wie sie zum Beispiel in der Burg 6086 vorgekommen ist, zu bauen. Da ich keine dieser klassischen grünen Grundplatten besitze, habe ich mir einfach eine aus dem Set 71722 gebaut. Das Video und die Anleitung dazu verlinke ich euch in der Beschreibung. Nun aber zur Burg. Diese ist inspiriert von der Schwarzen Ritterburg 6086, aber teilweise auch von der Bergfestung 6082. Das ohnehin schon massige Set 7946 wird durch die erhöhte Grundplatte noch wuchtiger. Die Burg besteht aus drei Türen, wobei der höchste ca. 40 cm hoch ist, wenn man die Fahne mit berücksichtigt. Bevor ich näher auf die Burg eingehe, zeige ich euch noch, was es als Bonus mit dazu gibt. Und zwar haben wir hier einen kleinen Turnierbereich mit Übungspuppe, die sich drehen lässt. Einer der Ritter bereitet sich gerade auf ein Turnier vor. Der König kann das Training vom Balkon aus beobachten. Der Turm am Burgeingang dient natürlich dazu, die Zugbrücke und das Fallgatter zu bedienen. Über das braune Rad an der Seite lässt sich das Gatter schließen und öffnen. Um die Zugbrücke hochzuziehen, dreht man an der Winde hier oben. Damit wickelt man die beiden verbundenen Ketten auf. Beim Wiederherablassen kann sich die Kette an der Verbindung manchmal verhaken. Hier muss man gegebenenfalls etwas nachhelfen. Hat man das Tor passiert, befindet man sich im Außenbereich der Burg. Dieser ist über eine Mauer nochmal zum inneren Bereich abgegrenzt. Von den beiden Zinnen aus lässt sich das Burgtor sehr gut verteidigen. Der Eckturm bietet einen Durchgang, um in den inneren Bereich der Burg zu gelangen. Über dem Durchgang befindet sich der Löwenkopf aus dem Set sowie ein paar Schilder. Da dies der Turm des Königs ist, befindet sich hier auch sein Balkon. Im inneren Bereich der Burg befindet sich das Verlies, welches mit einer Gittertür verschlossen ist. Direkt daneben ist der Aufgang, über den die Wachen die Zinnen erreichen können. Zwei Türen an dem runden Turm sorgen dafür, dass man auch den hinteren Bereich der Zinnen erreichen kann. Im Gegensatz zum Rest der Burg lassen sich der Innenraum des Turmes sowie das Verlies leider recht schlecht erreichen. Somit eignen sich diese Bereiche nur bedingt zum Spielen. Hier sieht man nochmal den Thron des Königs und darunter seine Schatzkammer. Der vordere runde Turm ist nicht nur im Durchgang. Darauf befindet sich auch das Signalfeuer, über welches Verbündete alarmiert werden können. Durch das Verwenden der erhöhten Grundplatte mit ihrer organischen Form entsteht aus der großen Königsburg eine im Aufbau interessantere und realistischere Festung. Wenn ihr diese Burg nachbauen wollt, findet ihr meine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für wenig Geld auf Rebrickable.com. Den Link gibt es natürlich in der Beschreibung. Alles was ihr dafür braucht, ist das Set 7946 sowie die erhöhte Grundplatte. Ich freue mich sehr, dass ich dem Wunsch aus den Kommentaren nachkommen konnte und freue mich jederzeit über weitere Anmerkungen und Ideen. Auf das nächste Modell müsst ihr natürlich gar nicht lange warten. Bis dann, euer Sebbel.